Die Hitzewelle weitet sich zu einer schlimmen Dürre aus, die nicht nur die Landwirtschaft betrifft. Auch die Bäume leiden sehr unter den hohen Temperaturen und vor allem in der Stadt kämpfen sie ums Überleben. Und wir alle zusammen können etwas tun. Clixoom Science & Fiction, herzlich willkommen! Die Hitzewelle wird immer dramatischer. Nicht nur, dass wir Ernteausfälle von bis zu 70 Prozent haben, sondern jetzt geht es auch den Bäumen an den Kragen. Die ersten Blätter färben sich gelb, die Bäume bekommen nicht mehr genug Wasser und reagieren. Problem? Vor allem in der Stadt leiden gerade die jungen Bäume extrem. Die kleinen Baumscheiben um die Bäume lassen, selbst wenn es regnet, kaum Wasser zu den Wurzeln. Und vor allem die jungen Bäume haben dann zu wenige Wurzeln, die tief genug reichen, um aus tieferen Regionen Wasser nach oben zu pumpen. Hinzu kommt, dass ihre Pumpleistung immer weiter zurückgeht. Das haben Forscher des Max-Planck-Instituts für Biogeochemie jetzt herausgefunden. Irgendwann ist der Druck sogar so niedrig, dass das Wasser gasförmig wird und so den Wassertransport hemmt. Wenn das in mehr als 60 Prozent der Wasseradern im Baum passiert, stirbt er ab. Damit ist zum ersten Mal klar, wann Bäume sterben. Besonders davon betroffen sind eben die jungen Bäume und die vor allem in der Stadt. Sie sterben besonders schnell während der Hitzewelle. Hier in der Straße gibt es einen solchen Baum. Er hat es nicht überlebt. Aber wir können etwas dagegen tun. Letztlich wurde ich gefragt, ob ich nicht mal ein Video machen könnte, was wir gegen den Klimawandel tun können. Und gestern schlug mir Johannes Jajow auf Instagram vor, zum Gießen der Bäume aufzurufen. Also, wir können etwas tun. Wir können die Bäume retten. Baumexperten und Expertinnen empfehlen, jetzt die Bäume zu gießen. Dann können sie den heißen Sommer überleben. Deshalb macht alle mit bei unserer Aktion. Rettet die Bäume. Schaut bei euch in der Umgebung nach jungen Bäumen, die vielleicht sogar schon Blätter abwerfen und gießt sie ordentlich. Mindestens sechs Eimer, also zehn Liter Eimer Wasser brauchen sie pro Tag. Macht Videos. Postet und twittert und nominiert andere YouTuber und Influencer und motiviert jeden, den ihr kriegen könnt. Dann können wir ein großes, großes Bäumensterben in diesem Jahr verhindern. Es ist ganz einfach und wir können etwas verändern. Und damit ihr auch direkt zur Tat schreitet, gibt es jetzt keine Endcard, sondern nur eins. Und ich nominiere OpenMind und Simon Will, Social Media, do your work. Bis dann, bleibt dran!